Herzlich Willkommen zur neuen Woche im Sandra-Messer Adventskalender. Heute öffnet sich Türchen Nummer 12 und wir starten direkt in die Gesundheitswoche. Das heißt, in dieser Woche wird es viele Gewinne zum Thema Gesundheit geben, alles was dir gut tut. Ja, da lässt du dich am besten überraschen. Das geht auch um das Thema Ernährung, aber auch um Entspannung und natürlich auch um Reisen. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder jeden Tag vorbeizuschauen und wir starten heute mit einem Geschenk für Vierbeiner. Das heißt, wenn du einen Hund hast oder jemanden kennst, der einen Hund hat, dann solltest du bei diesem Türchen unbedingt mit dabei sein. Es wird gesponsert von Gabi Engelbart. Sie ist Tierheilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin schon seit vielen Jahren und ihr liegt das Wohl der Tiere wirklich am Herzen. Sie hat auch ein ganz tolles Geschenk mit dabei. Also klick unbedingt auf den Link unter diesem Video und natürlich gibt es auch wieder was Schönes zu gewinnen für alle Nicht-Hunde-Menschen. Also, ich freue mich, wenn du mit dabei bist.